Irgendwas mitmachen können? Oh! Was seid ihr? Ähm... okay. Ja, scanne. Ja, mit Schaußen. Genau. So, was war das jetzt? Korpion. Oh nein, nicht ernsthaft. Korpion. Kapiert. Korn plus Korpion. So funktioniert Wissenschaft. Das sollte man nicht zuhause ausprobieren. Ernsthaft. Korpion. Ernsthaft. Was ist das? Was haben wir hier? Ist das etwa... Jo. Ein Bläh. Ich mag Bläh. Denn Bläh macht Leben gut. Oder dass ich nicht Bläh mache. Mach ich lieber Bläh als Bläh. Oh, das ist ja ähnlich. Immer schön ab und zu den Scanner machen. Der zeigt mir Feinde. Der zeigt mir den ganzen Scanner. Und alles andere. Oh. Es ist ein Nest, würde ich brauchen. Explodiert. Explodieren die Viecher? Ja, die Viecher explodieren. So. Wurde zu wissen. Es sind also böse, böse Nester, die wir kaputt schießen sollten. So. Ich auch nicht wirklich. Ja, das... Ja. Ja, da hat mir sieht ein Nest. Spock braucht Heilung. So. Ja, nett. Ich bin auch fast da und Spock. So. Warte, dieses Dumme... Also, lässt es mal kaputt gehen. Ähm, ja. Demische Korbione. Schauen wir erstmal, was hier hinten ist. Ich weiß, wir bewegen uns dadurch langsam, aber... Vielleicht stellen wir dadurch auch weniger ab. Hier hinten ist wieder einer. Da ist einer. Da ist einer. Hier muss wieder eins. Da ist wieder eins. Ne, das ist eine Kiste. Oh, eine Kiste. Oh, 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 oh. So, wir haben mal Pistolen. Und... Ein... Na, Plasma-Granate. Plopp. Wir haben einen Plasma-Granaten. Ich bräuchte mal mit Rekorder-Energie oder so. Das wäre der Kader-Hinfeld. Blopp. Ähm... Spock fehlen. Spock, du machst mal bitte... Das hier aktiv. Das hier aktiv. Und auf die Funktion Granaten ein. Granaten. Schwachstellen. Ach, du kannst auch Granaten hacken. Und du kannst auch den materialisieren. Und du kannst auch betäuben. Frage mich schon, dass... Das eingestellt werden muss. Ich dachte auch, ich hätte das schon mal eingestellt. Das ist Spock, das alles kann. Ich höre sie. Ich sehe sie aber nicht. Wo? Kam das Viech her? Ich habe es gehört, aber nicht... ...gesehen. Und wo hier wird wohl noch ein Nest sein. Boah, die Nester regenerieren sich was. Ich persönlich definitiv nicht hoffe. Ah, ist doch ein Nest. Es lebt noch. Jetzt ist es put. Ich habe was gehört. Also. Hängen die Dinger auch noch an der Decke? So ein Scheiß. Ja, das sagst du mir so einfach. Ach, mir scheint hier gerade voll hinten das Licht auf dem Monitor. Oh, ich sehe fast gar nichts. So. Ein Mist viel weniger. Ja. Etwas, was uns eine Waffenenergie gibt, glaube ich. Oh, ein Fenster. Top, 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 top. Danke. Partner hochhelfen. Spocky. So. Und jetzt hilfst du mir bitte wieder hoch. Was sind wir doch für ein tolles Team. Super. Super geil. Oder sind wir nicht? So, weiter geht das. So. Wir treten da Jeffrey. Das soll eine Jeffreys Röhre sein? Das ist eine Höhle. Lieber Herr Entwickler, lernt die Unterschiede. War hier vielleicht irgendetwas drin, was ich skannen kann? Nope. Nur ein paar Stalagnieten und Stalagnieten. Na ja, dachte ich auch. Na ja. Ein bisschen gewollt durch das Wasser hier. Blup. Ja. Das hier ist so unter Wasser. Sicht ist so schlecht. Bin ja allgemein noch kein Freund von Third-Person-Shootern. Und daher. Hör ich hier eh immer schon meine Schwierigkeiten mit der Steuerung. So, noch irgendwo irgendeine Mine. Nein. Gut. Ähm. Okay. Da ist ein Korpion. Der macht ja irgendetwas. Warum sehen wir in einer Videosequenz ein Korpion? Ah, da oben ist ein großes Viech, das jetzt. Den Korpion ausschalten. Na gut, da die Korpione eh mit einem Schuss tot waren. Ähm. Äh, ja. Spock. Spock. Danke. Warum habe ich überhaupt diese Waffe? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ja, gut. So war das jetzt nicht geplant. Spock, du schaffst das? Ja, das schafft er. Da wäre es gar nicht mein Ding. Hm. Okay. Bestien. Hm. Info. Jede Volkischandesler hat eine eigene Bestie und des Hundes. Ah, okay. Das ist eine Art Hund. Oh, was bist du? Was bist du? Ist das ein Bläh? Ja, das ist ein Bläh. Noch einer. Irgendwo. Und ich den materialisieren. Da kommt noch einer. Ich habe mich verfehlt. Spocky. 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 Scheint so. Da ist noch einer, der materialisiert, das dematerialisiert, wie auch immer. Ach, fuck, den wir dematerialisieren können. Oh, nett. Schöne Aussicht. So. Ja, manchmal muss man einfach mal stehenbleiben und sich umschauen. Das gehört mit dazu. Ich meine, wenn die Spiele heutzutage weniger auf Story und Spieltiefe, sondern mehr auf Grafik ausgelegt sind, muss man auch mal sich die Zeit nehmen, die Grafik anzuschauen. Wenn wir schon keine gute Story und so bekommen. Ja, ich weiß, das war ein wenig zynisch, aber... Na, da ist... Wieder so ein Fisch. Dann ist noch ein Fisch. Verfehlt. Das ist aus meiner Sichtfeld... Aus meinem Sichtfeldraussuchung. So, da ist es. So. Sehr schön. Ja. Scheint, müssen wir hier auch... Ne, Moment mal. Hier müssen wir hin. Die Richtung. Renn ich jetzt die ganze Zeit in die falsche Richtung, oder was? Scheint so. Hm. Aber... Von hier sind wir gekommen. Sicher, dass wir hier lang müssen? Stehen wir halt nochmal zurück. Gut. Ganz wie ihr wollt, liebe Spieleentwickler. Das ist doch, dass hier noch einer war. Oder ist das jetzt einfach nur ein etwas verschlungener Weg? Da geht's auf jeden Fall nicht. Ne, da wäre hier Schlauch, oder? Warten mal. So, wie es mal. Gehen wir mal so weit zurück, wie wir können. Denn anscheinend müssen wir ja hier wieder zurück. Ernsthaft? Wollt ihr mich denn... ...alle verarschen? Ernsthaft? Das haben wir doch schon gemacht, wie so weit. Ist jetzt als Missionsziel noch... Und es ist immer noch Missionsziel. Wie sieht man nochmal die Missionsziele? Äh... Speicherung, Freunde aneinander, spielt Vorsitzende, Einstellungen. Anzeige, Steuerung, Tastzuweisung. Ziele, Ziele, Ziele. Verbesserungen, Backspace, Gewehr, Springen in Deckung, gehen nach rechts. Hm. Ach. Weißt du was? Gehen sie einfach lang und scheißen erstmal aufs Missionsziel. Anscheinend machen wir hier alles richtig. Irgendwie hängt nur das Missionsziel. Ah, das ist mir jetzt auch egal. Oh, hier haben wir alle Minen deaktiviert. Also können wir unbesorgt einfach durchschwimmen. Oder war doch so. Hopp. Wie renne ich eigentlich nochmal? Einstellungen. Was ist denn Zuweisung? Rennen, 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 rennen. Deckung nach rechts, sprinten. F. Ah. Okay. So, genau. Hier waren wir ja eben. Jetzt wieder langsam. Gehen wir einfach mal hier weiter. Und schauen wir mal. Mehr Missionsfehler kriegen wir anscheinend nicht. Und mir scheint die Sonne so übelst von hinten auf dem Monitor. So. Also wenn ich nicht gerade den Trikot da mache, sehe ich hier. Gar nichts. Alles schwarz. Ich könnte natürlich auch die Sichtstelle machen. Ich weiß aber. Ja. Oh Gott. Okay. Aber anscheinend sind wir hier richtig. So. Wir müssen wohl da hoch. Wow. Wo war das nicht geplant? Aber wir müssen anscheinend auch hier runter. So. Steuerung. Nicht shift. Wo ist das nicht. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018